Herzlich Willkommen zurück. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal hier kurz um. Was können wir tun? Was können wir tun? Wir können nicht näher ran. Oh mein Gott. Ich bleibe ja schon stehen. Es muss nicht so enden, Brenda. Ach krass, da oben ist Mark. Der ist zum Beißer geworden. Seht ihr den? Okay. Vielleicht können wir sie dahin treiben. Lass sie gehen, Brenda. Okay, ich glaube, die Strategie ist ganz gut. Oh mein Gott. Bitte mach das nicht. Das macht alles noch schlimmer. Okay. Mark ist schon verdammt nah. Der mutierte Mark. Der infizierte Mark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beruhige dich Ah, du Schwein Und jetzt Gib's auf deine Backe Oh, 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 oh Komm schon, steh auf, Lee Komm schon, steh auf Autsch Der Zaun Der will uns doch wirklich in den Zaun packen Oh, mein Gott, nein Das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht bringen Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Komm schon. Lilly! Boah. Ey. Okay. Nächster Mein Gott, der hat doch schon eine Schusswunde Hau ihm auf die Wunde, Lee Oh mein Gott In den Zaun rein Sie sind beide tot Was der fuck do you mean? Don't you dare walk away from me, Lee Get back here and finish this, Lee Wir können ihn schießen Aber wir gehen einfach Wir verschwinden Und lassen ihn alleine zurück Get back here and fight me like a man, Lee 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 Jetzt gehörte er dir. Nimm das und pass gut drauf auf. Wir sind nicht wie diese Banditen. Wir sind nicht wie die Banditen. Wir haben nicht jemanden zu bekommen. Entschuldigung? Ich glaube so. Hey, da waren einige Batterien in einer dieser Boxen. Ich dachte, sie funktionieren können in Ihrer Camcorder. Hier, Sie können auch ein paar, für Ihre Walkie Talkie. Batterien, huh? Think Sie können diese? Die haben uns beobachtet. Schon seit langer Zeit, so wie das aussieht. Scheiße. Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them Bandits get you, will we? Where are you doing, Clementina? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Sitting there, acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who too... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Ach, du Scheiße. Das nächste Mal, by The Walking Dead. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you, this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is done. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, alright? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. The Walking Dead Episode 3 Lange Straße voraus Bald bei Saratza Let's do this all because there are no way to watch. Thank you. Vielen Dank.